Musik Und der zweite unter mir? Was ist das denn für ein Noob, der unter mir? Pass auf, ja. Mann, wer nervt denn da? Ey! Boah, was war das denn für ne... Abschuss bestätigt. Geh, nimm mir alle auf die Eier hier. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich laufe dir die ganze Zeit hinterher. Das ist wie du, ey. Oh, ich weiß nicht, wenn du das in dem Video irgendwo siehst, ey. Oh, das ist scheiße. Ich laufe mir fünf Meter hinterher. Oh, leck, ey. Geht doch. Oh, ne. Die war mir so mal voll scheiße. Er kaut dir mit den Kill. Haben wir, haben wir gewonnen, haben wir gewonnen, haben wir gewonnen. Ja, klar, guck mal, 24-14, ey. Das ist mal ne Zweier-Kill-Death-Wage-Gefahr von oben. Jufflo. Lufflo. Da laufe ich lang. Da bin ich. Asset Art. Wee. Hat der mir den Kill geklaut. Was denn? Spricht dich aus. Schmatzt der schon wieder, ey. Ich will die goldene Waffe haben hier für... Ich möchte Uncharted 3 haben. Hast du das nicht? Ne, hab ich nicht. Alter. Ich dachte, du hättest das. Das ist doch, wenn ich ne Playstation 3 hätte, ne? Wenn wir Uncharted, eine der Serien, die ich mir kaufen würde, weil das... Ja, ich hab doch die ersten beiden Teile. Der dritte Teil kommt auch noch dazu. Was? Ach so. Mysterieus. Jetzt stimmt der. Oh, ich hab's gewusst. Zeig's uns, Baby. Was hast du drauf? Komm. So, komm, bevor du noch kommst. Das ist schon zu spät. Komm, schrei noch. Erster. 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 Und denk dran. Den ersten. Erster. Das ist dein Leben, ne? Immer als Erster, ne? Ja. Dome. Wie war der Spruch noch hier? Wie ist der Zug? Die anderen wollen's. Ach so, ne. Die anderen können's. Ich kenn's. Du kannst es nicht, Mann. Es gibt Leute, die sind es, ne? Es gibt Leute, die werden es. Und ich? Ich bin es, ne? Ne. Ne, das war immer anders. Ne, war besser. Ne, du hast das anders formuliert. Echt? Tu mir leid. Du hast das anders formuliert, Mann. Du hast das anders formuliert, Mann. Du hast das anders formuliert, Mann. Wahrscheinlich war das so. Voila. Sükte lan. Samala. Ha. Ich weiß nicht viel. Aber. Was ist das? Hätt ich Geld. Ne Villa würde ich uns kaufen. Nur so zum Spaß. Okay. Kenn ich nicht. Was ist das? Was geht? Wie schnell sind die denn? Die machen ja auch nix den ganzen Tag. Boom. Motherfucker. Ey, die kommen keiner durch die Scheiße hier. Ich bin der Einzige, der hier angegangen ist. Boom. Motherfucker. Ui. Hä? Camper. Alter. Ui. Hier fliegen die Granaten durch die Gegend. Was war das? Du Scheiße, ey. Die sind jetzt aber mal etwas stärker als eben. Oder du bist schwächer. Jetzt warte mal ab hier. Bam. Headshot. Ha. Ha. Ui. Was geht denn hier ab? Ui. Ui. Ich spraye. Ich bin der Sprayer. Number one. Ach du Scheiße. Ich dachte, der wäre da drin. Lag. Mom, Mom, Monster Lag. Ach du Kacke, Mann. Wolverine. Mach mal was. Boah. Jetzt bin ich gestorben. Ich bin Monster Lag. Ha. Ha. Das sage ich auch immer. Ja, mach dich schon mal locker hier. Ey. Ich muss erst mal anfangen. Hm. Ui. Ey, der Lag nervt voll. Ey. Founcing Betty. Ich komme voll nicht klar mit dem Lag. Überall lag. Da ist einer. Ey. Oha. Vor allem voll den guten Ping alle. Und dann so ein Lag. Wahrscheinlich lädt der gerade irgendwelche Pornos bei Torrent oder so. Weißt du, du bist voll der Abstauber von hinten. Ne. Hab ich gesehen. Oh, Mann. Ich bin zu hektisch, Wolverine. Ey, wie hast du diese Ruhe in dir? Die hab ich doch gar nicht. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Alle auf einem Haufen getummelt. Meine Fresse. Ey. Ich will von diesem mittleren Platz weg. Guck dir das an. Ha. Mann. So, wo haben wir denn hier? Nein. Ne. Was war das denn? Hör, hör, hör. Wie kann man denn da langlaufen? Das hab ich noch nie gesehen. Das muss ich mal kopieren. Ich hab gerade irgendwie... Gucken wir mal, wie der das gemacht. Ey, da ist einer. Na, toll. Asset geht down. Da, 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 down. Und Wolverine ist erster. Awesome Wolverine. Ah, ich hab den geklaut, du Noob. It's not funny. Doch, doch. No. Ey, hat mir letztes hier so... Ach, hier kommt man hoch. Si, si, no, no. Hat mir so ein Typ geschrieben, ne? Si, no, si, no. Alter. Wegen Quickscope, ne? Hier wegen Sniper soll ich ja mal ein Video machen, ne? Und da hab ich ja... Im letzten Video hab ich irgendwie gesagt, ich kann das gar nicht und so, ne? Dann schreibt ihr mir nochmal eine Nachricht. Ich meinte, so, doch, doch. Mach mal Sniper-Video. Ich will sehen, wie du abkackst. Voll nett, ne? Oh, das ist aber ganz knappe Führung, hör mal. Ey! Ich hab noch Leck! Ich auch, ey. Ich wollte den Typen von hinten töten und was sehe ich plötzlich ein Schild vor mir. Woo! Was war der? Ey, Mann, ich hab auch... Oh, Leck, ey. Ah, ich hab auch gerade Leck. Ich baller gar nicht auf Typen. Yeah, 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 geil, Mann. Messer, Messer. Wo ist der? Peter! Woo! Kampfhubschrauber! Awesome Asset in der Hood! EMP! Na, ey, wollt ihr mich verarschen? Jetzt hab ich Kampfhubschrauber, Predator und ich würde jetzt wahrscheinlich noch einen Payflow... Äh, Leck. Würde jetzt wahrscheinlich noch einen Payflow... Oh, Mann, Wolverine. Das ist nicht euer Ernst. Ey, ich hätte jetzt das Spiel rumgerissen. Ich hätte das Spiel jetzt ohne Scheiß- die Kotze bei sowas. Scheiß EMP. Fuck you all, you little asses. Fuck you all, you make me sick. Mann, ey, wie ich... Ja, genau. EMP, ihr Wichser. Oh, Mann. Komm schon. Ich kann 6 drücken, was ist los? Warum geht meine 6 nicht? Wo kommt der denn auf einmal her? Ach, von da unten. Oh, ho, 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 ho. Wenn du das siehst, du lachst dich kaputt, ey. Oh, mein Helikopter kommt. Und das Spiel ist vorbei. Ich sag dir, mein Helikopter hat das alles gerissen. Aber die Scheiß-Penner hat ein EMP. Krieg ich die Kotze bei sowas, ey. Ich hätte... Wäre erster geworden. Ey, guck mal, 14, 13. Ja, Scheiß-Penner, ey. Ich hätte mindestens 20 gehabt von dem Scheiß-Helikopter. Terrible lag. Yeah. Alles der lag schuld. How is this shit? Hm? Soll den Ball flacher halten. Du weißt doch gar nicht, wer How is. Willst du raus? Oder? Äh, ja. Ey, Schwester, ich hätte gerade eben so geohnt, hätte ich geohnt, aber dann, nein, kommt der scheiß EMP in den Weg. Nochmal, Dome? Ja. Dome ist lustig, ne? Mhm. Mhm. Das sind echt schon wieder deine Flips, ey. Du musst dann ein bisschen so einen Flip nehmen oder zehn Flips und dir alle nachher an deinen Arsch stecken. Gucken, ob du dann immer noch so schmatzt. Du hast es aber irgendwie so mit Anus, ne? Kann das sein? Was ist das, Anus? Willst du mich beleidigen oder was? Ich hab am... Wo war das? Was am... In der Nacht von Samsung auf Sonntag hab ich mir den letzten Teil von Harry Potter angeguckt. Wie kommst du da drauf? Das brannte mir die ganze Zeit auf der Seele. Schwucht. Was ist los? Das brannte mir die ganze Zeit auf der Seele. Schon mal gesehen den letzten Teil? Ja. Kennst du Harry Potter? Schon mal gesehen? Kennst du? Ja, ist ein Knöpfchen und so. Wir sind im Loser-Team. Ich fand das Ende irgendwie ein bisschen hoch. Was fandst du das Ende? Das Ende fand ich ein bisschen komisch. Warum? Mann, seit zehn Jahren. Ach so. In der ersten Hälfte verpisst er sich von dem Voldemort. In der letzten Hälfte will er hier gegen ihn kämpfen. Dann hat er es endlich gepackt und dann... Dann ist er alt. Spoiler, Spoiler. Ich weiß noch, als ob es gestern war, wo du beim ersten Teil, wo wir beim ersten Teil im Kino waren und du dich als Harry Potter verkleidet hast. Was laberst du für eine Scheiße? Gib's doch zu. Ja, du weißt doch nicht mehr, wo du da den Stab hattest und den Stabs... Wer sieht denn hier den Potter eh nicht? Du oder ich? Ach so, jetzt... An die ganzen Zuschauer, ne? Jetzt könnt ihr euch einigermaßen vorstellen, wie der wieder Asset aussieht. Ich sah früher aus, wie Harry Potter, weil ich klein war. Aber jetzt... Sehe ich einfach geil aus. Was wäre denn eine Freundin, ne? Du einsamer Junge. Oh, war schon wieder ein kleiner Leck. Echt? Boah! Das ist noch einer! Aber jetzt sind wir, glaube ich, in einem starken Gegner-Team, haben wir jetzt so. Och Mann. Der hat Akimbo, ne? Wer ist denn da so doof und schießt auf mich, hä? Wer ist denn so... Wer ist denn so lebensmüde? Du. Du bist doch der Einzige, der sich traut, gegen dich selber zu spielen. Ist das nicht cool? Sag mal, gibt's hier auch mal Gegner? Meine Fresse. Wir haben einen Akimbo-Gegner, ja! Zwei Ak... Ey, die sind nur Akimbo benutzen. Gerade eben, die Runde war voll gut, weil fast keiner Akimbo benutzt hat. Aber da hatten wir so scheiß Lag. 8-0! Der will mich verarschen, oder? Akimbo! Ja, wird auch mal Zeit für Akimbo. Hab ich aber keinen Bock. Dann macht das jeder, ey. Was ist das denn? Das bringt ja auch nichts. Wo kommt der denn plötzlich her? Was? Meine Herren, echt. Was ist los, Wolverine? Sag mal, es gibt doch so viele Karten bei Modern Warfare, ne? Warum kommen eigentlich immer nur die? Äh, Zufall. Ist aber beschissener Zufall. Ist doch okay, ich mag die Karte eigentlich. Mir auf die Eier geht, sind ja Akimbo-Leute. Ich meine, ich benutze ja selber, aber ich hab ja keine Alternative. Genau, was willst du nur als Alternative benutzen, anstatt Akimbo? Pass auf hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ah, 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 bist du lustig? Ah, 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 ah. Oh, Mann, ey. Ich hab den blind erschossen. Oh, ne, ist nicht meine Runde. Ah, das stimmt. Die Gegner sind ziemlich stark. Immer wenn die Gegner stark sind, ist es nicht deine Runde, ne? Spaß dir. Ich laufe hier voll im Kreis, ey. Wo sind die denn alle? Oh, Mann. Ey! Ich bin kein Gegner. Ich bin letzter. Ja. Was ist das im Leben? Ja, genau. Sammel mal ein. Mein Sklave. Pouncing Betty in der Arsch, Junge. Predator! Und dann tot. Ach, Mann. Bestimmt sind wieder alle Leute drin. Und, äh, ja, drin, drin, drin. Ey, alle Leute drin! Das ist doch ein Witz. Ja, das ist ja alle drin in dem Haus da rechts. Ja. Weißt du, zumindest habe ich meinem Team geholfen, dem ich gesagt habe, dass alle drin sind. Und Akimbo! Awesome, baby! Und von hinten. Das ist ein Scheiß-Gegner. Ist das ein Clan? Ne. Einfach nur gute Leute. Cheater bestimmt, ne? Das ist doch mal das Lustige. Wenn gute Leute drin sind, immer...